Hi und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute wieder mit der Hannah. Okay. Heute ist es soweit. Heute werden wir wieder liken. Und zwar werden wir 5 scharfe Soßen testen. Wenn ich da bin, wird immer gelitten. Wir werden 5 scharfe Soßen testen. Deshalb haben wir beide schon geile Löffel hier. Dankeschön, Maus. Hanna verträgt ja eigentlich relativ gut scharf, aber ich gar nicht. Prost. Sie geht voll klar. Ich fand, das war zu viel. Ja, du wirklich? Ich muss sagen, das ist eine andere angenehme, schöne Schärfe. Findest du es schon so schlimm? Du wirst den Rest nicht überleben. Wirklich? Ja. Nee, hallo? Du wirst viel weniger als ich. Du musst die Stücke nehmen. Du musst die Stücke nehmen. Nee, das stimmt überhaupt gar nicht. Ja, okay. Okay. Prost. Das geht. Ja, voll. Das war... Also nach der letzten Soße habe ich das gar nicht mehr geschmeckt, muss ich sagen. Aber Pfefferschärfe ist auch manchmal angenehmer als Chilipferde. Ich vertrag gar kein Scharf. Okay, wir stoßen nicht an, weil die dünnflüssig ist. Ja, Prost. Ja, die ist gut scharf. Aber oh, sag ich was. Ist nur schwer zu reden. Der knackt sofort bis rum. Dann habe ich auch einen Schluck. Aber eigentlich macht Wasser es ja so schlimm. Guck mir auf. Die Breh... Die Brehnt nur so im Hals. Im Mund war okay. Ich versuche so zu reden. Sie steht neben mir. Also sie war wirklich... Ich war wirklich scharf, muss man sagen. Ich kann die mir schlucken. Aber für ein Essen ist sie geil. Nee. Meine Zähne tun weh. Ich sehe nichts mehr. Ich glaube, deine Augen fokussieren nicht. Die Schärfe muss raus. Ist das so schlimm? Ja. Also es ist wirklich scharf. Es ist wirklich... Prost. Elegate. See you later. Die kotzt euch. Ich finde die geht. Ich habe nicht mal aufgegeben. Ich finde die lecker. Ist die so schlimm? Die schmeckt nach Ekel. Ich finde die ist auch nicht so ganz scharf, sondern die schmeckt einfach eklig. Prost. Prost. Oh. Oh Gott. Brennt schon, ne? Das war nichts schlimmer als der Tabasco. Eigentlich wollten wir von Milz so scharf probieren, aber... Aber wir hatten auch echt viel von dem Tabasco, muss ich sagen. Ist alles klar bei dir? Wenn ich rede, wenn ich rede, brennt es richtig. Also nein, es ist nichts klar bei mir. Aber es ist lecker. Und ich fand die erste richtig lecker. Nein. Aber die ist auch lecker. Aber scharf. Aber so schlimm finde ich es ehrlich gesagt nicht. Alles zusammen brennt, okay? Es brennt alles in meinem Rachen. Und meine Lippen brennt. Also doch. Ja, es tut auch alles weh. Es tut alles weh. Meine Lippen tun weh. Mein Rachen tut weh. Und meine Magen tut weh. Und ich habe vorher nichts... Weil mir ist das Magen auch ehrlich gesagt ein bisschen... Ich habe vorher nichts gegessen. Deshalb wollte ich es mit Crackern essen. So Leute, das war es mit unserem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es nicht gefallen. Ich leide immer noch. Meine ganzen Lippen brennen. Mein ganzer Magen tut weh. Ich fand es auch scharf. Aber ich fand es okay. Also, lasst gerne ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Ein Like. Und schreibt in die Kommentare, ob ihr scharf vertragt. Oder nicht, so wie ich. Und ja, folgt ihr gerne mal auf Instagram. Da heißt die Anuki. Folgt mir gerne auf Instagram. Da heißt ich Lubelli. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss. Tschüss.